Ich dachte mir, es wäre ganz gut, wenn wir mal hier rüber sprechen. Ich glaube, das hat mittlerweile... Das sieht nicht gut aus, André. Es ist nicht gut aus. Opsi. Es hat, glaube ich, mittlerweile jeder diese Abbildung, glaube ich, mal gesehen. Würde ich vermuten. Irgendwo auf Social Media. Hier habe ich jetzt gerade mal eine Grafik rausgesucht. Und Graphic von Elliot Jacobson on X. Ach ja, X. Also Twitter heißt jetzt X. Ja. Elon Musk hat einen Nagel im Kopf, der schon lange angefangen hat zu rosten. Twitter heißt jetzt X. Bei mir heißt es, glaube ich, immer noch... Gib mal in den Browser, nur so als Spaß, gib mal in den Browser twitter.com ein und dann guck, wie das Symbol aussieht. Ja, ich habe es auf meinem Handy noch in der alten Variante. Ja, bei mir ist es auf dem Handy auch noch der Vogel. Das kann aber nicht mehr lange dauern, bis die App upgedatet wird. Also, ja. Ja, gut. Interessant. Da werde ich ja mal wieder über lebensentscheidende Informationen aufgeklickt. Ja. ByteWelt am lustigsten ist... Sternchen, Sternchen, Sternchen. Was gibt... Achso, du hast versucht, einen Link zu posten. Schmeiß es uns... Ja, genau. Ah, ja. Genau, X.com. Ja. Ja, das ist... Sprechen wir nicht darüber, was dieser... Was dieser... Milliardär. Oligarch, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Ja. Dieser... Man-Child. Was der Typ macht mit Dings. Aber auf jeden Fall hat auf Twitter ein Mathematik-Professor, Elliot Jakobsson, diese Grafik gepostet. Und ganz, ganz viele Medien haben die aufgegriffen. Auf Twitter habe ich es... Und auf Mastodon auch. Habe ich es viel gesehen. Und ich glaube, es rauschte auch durch Instagram und auf Facebook. Da sieht man das, ne? Ähm. Ja. Und Willi Willkür hat vollkommen recht. X.com ist ein großartiges Spiel. Das ist eins meiner Lieblingsspiele tatsächlich. Und zwar sowohl das von 2012 als auch das von 1993. Wer weiß, was X.com ist, herzlichen Glückwunsch. Willkommen. Aber es soll heute nicht um X.com gehen, um das Spiel, sondern um... Ah, ja. Diese Grafik, die auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, der vor kurzem umbenannt wurde, zum ersten Mal gepostet wurde, um die Verwirrung jetzt vollkommen zu machen, habe ich hier mal einen Post herausgesucht. Und auf Nitta, das ist Twitter ohne die Rückverfolgung, ähm, hier, Nitta von Professor Elliot Jacobson, ähm, da erklärt er nochmal, ich will nochmal kurz sagen, das hier ist die Standardabweichung, die hier gezeigt wird. Ähm, und stellt das auch nochmal, äh, ein klein bisschen klar. Ich schmeiß mal den Link ganz kurz in, ähm, rein. Aber ich will jetzt erstmal anfangen. Diese Grafik, die vielleicht der ein oder andere gesehen hat, aber auf jeden Fall ist die super oft geteilt. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme sie mal auseinander und wir sprechen ein bisschen drüber. Moving Knowledge hat schon was, hat schon was gespoilert, aber das ist okay. Es geht hier um den 6 Sigma Zustand, beziehungsweise nicht ganz 6. Es ist eher 5, hast du nicht gesehen, Zustand. Aber, ähm, so tief wollen wir in die Stochastik und die Wahrscheinlichkeitsrechnung gar nicht einsteigen. Aber, äh, ein bisschen müssen wir machen, damit man versteht, was hier tatsächlich gezeigt ist. Das hier ist die Standardabweichung der, äh, der, ähm, des antarktischen See-Eises. Also, äh, es wird von oben beobachtet, wie viel Meereis oder See-Eis, ja, Meereis ist, glaube ich, der richtige deutsche Begriff, Meereis sich in der Antarktis bildet. Antarktis, Südhalbkugel ist gerade Winter, das heißt, wir sind gerade dort, wo sich wahnsinnig viel Eis aufbaut, äh, nämlich über die Wintermonate. Also, unsere Sommermonate sind auf der Südhalbkugel Wintermonate, ne, weil, äh, Sommer, Winter und so, ist wegen der Ackskippung. Und, äh, nee, ich muss das dabei sagen, ich hatte neulich mit einem Ingenieur mal ein nettes Gespräch hier über den Gartenzaun. Und er meinte so, ja, bei den Solarzellen im Sommer, äh, im Winter kannst du eh vergessen, da ist die Sonne zu weit weg. Und er meinte so, so funktioniert Winter nicht. Deswegen sage ich es dabei. Also, ähm, ne, Jahreszeiten entstehen durch die Kippung der Erde und nicht durch den Abstand zur Sonne. Der Abstand zur Sonne ist im Winter tatsächlich, äh, sogar ein bisschen näher zur Erde, als es im Sommer ist. Ähm, ich schweife ab. Mhm. Mhm, mhm. Hast du gesehen, die Frage, äh, von wann der Post schon beantwortet ist? Dieser Post ist vom, äh, Ende Juni. Gut. Danke. Ja, Ende Juni ist, äh, dieser Post gewesen. Warte mal, ich kann den auch nochmal den Ori... Originalen... Den Originalen, wenn Twitter mich lässt. Lass dich nicht ablenken, André. Okay, lass dich nicht ablenken. Ich hab den Originalen auch nochmal hier. Das ist nett. Ja, den, äh, müsstest du dann in den, äh, in den Chat vielleicht. Damit die den kriegen. Hier. Die Menschheit da draußen, außerhalb deines Computers. Ja, 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 ja. Thank you. So, das ist, äh, der Originale. Er hat da nochmal, äh, die, die Linie von 2006, äh, gehighlighted und so. Also, das ist jetzt nicht hundertprozentig der Originale, aber, äh, den ich hier rausgesucht habe. Aber, was hier wichtig ist, genau, hier sieht man die 2006, sie ist hier nicht gehighlighted. Was hier zu sehen ist, sind Standardabweichungen. Standardabweichungen ist halt eine Sache, äh, die wir, ähm, die wir in der Mathematik oder in der Wissenschaft gerne benutzen, um halt zu gucken, wie weit weicht etwas von, äh, von einem System ab, was angesehen wird als statisch. Also, wenn man statistische oder eine wissenschaftliche Bewertung macht, ich gehe jetzt mal wirklich weit zurück, damit ihr, ähm, also ich fange bei Adam und Eva an, was die wissenschaftliche Methode angeht. Und da ist es erstmal so, dass man davon ausgeht, also wenn man sagt, okay, wir wollen modellieren, wie ist das mit der Antarktis und dem Meereis geregelt. Und dann würden wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass sich im Sommer Eis aufbaut, im Winter, äh, Eis zurückzieht und es da einen festen Zyklus gibt und dieser sich nicht ändert. Man muss erstmal Grundannahmen machen, damit man überhaupt Vergleiche ziehen kann. Das heißt also, man geht davon aus, dass sich etwas nicht ändert. Und, also wenn man so ein Modell dann gebaut hat, dann wird auch das Wort Standardabweichung plötzlich mit Sinn gefüllt, weil eine Standardabweichung, also wie weit ist die standardisierte Abweichung von etwas, was sich eigentlich nicht ändern sollte. Also dieses Gerausche, was hier oben ist, ne, wenn sich etwas überhaupt nicht ändern würde, dann wäre es halt immer bei Null. Wenn es sich ein bisschen ändert, also wenn etwas hinzukommt oder wenn etwas abnimmt, dann hat man eine Standardabweichung halt nach, äh, wenn etwas abnimmt, nach unten, eine Zunahme nach oben. Und so hat sich das über die Jahre, hier oben sind die blauen Linien der letzten, ähm, ja, von 1989 bis 2003 und hier sind die, ähm, je heller die Linie, desto, äh, desto näher an unsere, äh, an unserer Gegenwart. Das heißt also, diese blauen dunklen Linien, die hier oben sind und unten auch, das ist eher so in den 90ern, aber wir werden uns gleich die Daten nochmal einzeln angucken. Und hier sieht man einen Ausreißer, das ist das aktuelle Jahr 2023. Und diese, äh, 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 diese Abbildung sagt, das hat, äh, das hat er eben in seinem, äh, äh, Thread auch, äh, auf diesem Twitter-Dings gesagt, dass diese Abweichung 5 Sigma entspricht. Und, äh, 5 Sigma heißt, also, dieser Wert, der hier jetzt erreicht ist, das hier geht sogar, also die letzten Tage gehen sogar über 6 Standardabweichungen raus, das ist immer so ein Maß, wo man dann sagen kann, es ist extrem unwahrscheinlich, dass das Zufall ist, ähm, diese, äh, diese Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 13 Milliarden, wenn man es genau umrechnet, das kann also kein zufälliges Ereignis sein, ähm, es ist wahrscheinlich ein, ein anderer Effekt. So gibt es zum Beispiel immer die 5 Sigma-Grenze, so nennt man das, das sind dann 5 Standardabweichungen, ähm, auch in der Teilchenphysik, als es, äh, es wurde ja ganz lange hier das Higgs-Boson oder das Higgs-Teilchen vermutet und es gab auch erste Messungen, aber die, äh, Physiker haben erst davon gesprochen, wenn sie so viele Daten gesammelt hatten, dass sie zeigen konnten, dass dieses Teilchen, äh, in der Standardabweichung 5 Sigma abweicht und dann konnten sie sagen, okay, das ist so unwahrscheinlich, dass das Zufall ist, das wird tatsächlich ein Teilchen gewesen sein. Das heißt, sie haben so viel, so lange Daten gesammelt, bis sie quasi genug Beweise hatten zu zeigen, ähm, ja, es ist über 5 Sigma. Das, was wir hier sehen, ist, ähm, eine, ähm, äh, Lars Fischer hat darüber einen tollen Thread geschrieben, da hab ich das auch nochmal, äh, der, der das etwas genauer auseinander, äh, ähm, nimmt und, ähm, ähm, Lars bezeichnet das hier als ein Ende-der-Welt-Ereignis. Nicht Ende-der-Welt-Ereignis im Sinne von, die Welt geht unter, sondern Ende der Welt von der statistischen Annahme. Wir haben angenommen, die Antarktis, ne, das Eis schrumpft im Sommer, dehnt sich im Winter wieder aus, wenn es kalt ist, kommt was dazu und wir betrachten das, um es wissenschaftlich zu untersuchen und gucken uns Standardabweichungen an, um halt Aussagen darüber zu treffen. Und dieses Ereignis hier, was ja ganz deutlich, wenn man sich diesen Graphen anguckt, so, äh, ja, das ist weg von dem, wie wir es kennen. Das hier ist ein Ende-der-Welt-Ereignis, äh, Ende der Welt im Sinne von Ende der statistischen Welt, die wir angenommen haben. Hier ändert sich so krass etwas, und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 13 Milliarden, dass wir nicht mehr davon ausgehen können, also, dass wir quasi davon ausgehen müssen, dass unsere Annahme, die Antarktis ist statisch, ist zwar etwas, was über Sommer und Winter wächst, aber, äh, wächst und schrumpft, aber immer im selben Ausmaß, dass wir diesen Punkt verlassen haben. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr nah daran ist, also, äh, so kann man dann auch verstehen, wovon wird immer gesprochen, wenn wir von Kipppunkten sprechen, wenn es um Klimaveränderungen geht. Was sind Kipppunkte? Also etwas, ein Punkt, der überschritten wird und wir haben dann kein Zurück mehr. Das hier ist so ein, also, das hier ist ein Indiz dafür, dass wir hier in die Richtung eines Kipppunkts reingehen. So kann man das verstehen. Aber, äh, ich will das nochmal ein bisschen mehr mit Sinn füllen, was wird hier gezeigt. Standardabweichung ist so eine, äh, ist eine Größe, die man sich schlecht vorstellen kann. Statistisch ist es total sinnvoll, sich Standardabweichungen vor, äh, äh, darzustellen, weil man dann diesen großen Unterschied sieht. Ich zeige euch jetzt mal den Graphen, der anzeigt, wie die Fläche des Eises sich entwickelt hat. Und das ist der hier. Gestrichelte Linie ist 2022, das bisherige Rekordminimum. Äh, und hier in Grau gibt es so einen Bereich, das ist, äh, ähm, der Median oder diese, diese, diese Welt, von der ich eben gesprochen habe, Antarktis, ein Modell, das sich nicht ändert. Ja, und jetzt haben wir hier, äh, 2022 ist drunter und 2023, also wir sprechen hier nicht von Jahrzehnten, sondern von den letzten zwei Jahren, ja. Ähm, man sieht dann, okay, das ist niedriger, aber ja, ist ja noch in der Nähe. Ne, also, wenn ich euch erst diesen Graphen gezeigt hätte, dann ist so, okay, wo ist, where's the big deal? Und das ist auch der Grund, warum der Mathematiker diese Grafik gezeigt hat, weil man hier, Standardabweichung ist schwer zu verstehen, aber hier sieht man sofort, oh shit. Ja, also, das hier ist irgendwie so, oh shit. Und dieses, oh shit, müsst ihr mitnehmen, quasi, wenn ihr euch den Graphen anguckt. Dieses, oh shit, dass wir hier aus dem grauen Bereich rausgefallen sind, dieser große Abstand zwischen dem Grau, ne, also diese graue, äh, dicke Linie in der Mitte und da gibt's einen etwas hellgraueren Bereich außenrum. Das ist so das, wie es okay ist zu schwanken, dass wir unser Modell haben. Und die blaue Linie liegt sehr weit davon entfernt, wenn man sich anguckt, wie schmal dieser Korridor ist. Und da, äh, das ist mit der Standardabweichung gemeint. Ähm, ah, wenn man die Domain einfach auf den, äh, Twitter endet, bekommt man den originalen Post. Danke, ByteWelt. Ähm, genau. Genau, der Unterschied zum Grauen ist schon riesig. Genau, Moving Knowledge. Deswegen, äh, äh, aber tatsächlich ist es so, es ist eine gute Idee, erstmal mit der Standardabweichung anzufangen, weil diese Abbildung sagt einem sofort, oh shit. Und dann kann man darauf hinweisen, guckt euch den schmalen Korridor an und die blaue, äh, Linie ist weit davon entfernt. Dann kann man so, okay, dieser kleine Abstand ist ein Weltenende, also beendet quasi das Modell, was hier dahinter liegt. Also es ist halt so krass. Ähm, und so muss man diese Abbildung verstehen. Ich teile auch nochmal das, was Lars geschrieben hat. Hier auf Mastodon hat er diese Sachen mal etwas auseinandergenommen und er hat darüber auch einen Artikel geschrieben, ähm, diesen Link würde ich euch ganz besonders ans Herz legen. Gar nicht das, was der Mathematiker ursprünglich gepostet hat, sondern Lars ordnet das ganz hervorragend ein. Äh, der Gute in einem kurzen Thread auf Mastodon, da kann sich, ähm, da kommt man auch, ähm, ja, ganz normal hin, wie auf Twitter auch, da muss man sich nicht einloggen oder sowas. Äh, da hat Lars das auseinandergenommen. Er hat auch aufs Spektrum einen schönen Artikel darüber gesprochen, der das auch nochmal genauer erklärt, ähm, wie das so ist. Denn die Eissituation an, in der Antarktis ist durchaus variabler. Man kann jetzt nicht sagen, dass hier ist ein, ähm, wir haben einen Kipppunkt erreicht. Das hier ist nur ein Indiz, der darauf hinweist, dass es in Richtung Kipppunkte geht. Und das nimmt Lars in seinem, äh, in seinem Artikel auseinander. Und ich habe auch einige Medienberichte gesehen, die diese Grafik haben und angefangen haben, das zu erklären und so, ne. Aber, äh, und hier sieht man auch, in der Grafik ist hier unten Elliot Jacobson on X, ne, als, als, äh, als Quelle genannt. Und ganz, und so gut wie kein, keine Zeitung, auf jeden Fall nicht im deutschsprachigen drauf, ist mal hier oben hingegangen und hat einfach diese URL eingegeben. Weil diese URL, ads.nipper.ac.jp, visshop, äh, ne, vshop, äh, das ist ja irgendwie so, was ist denn das? Ja, ich habe das gemacht und, äh, das ist ganz großartig. Das hier ist nämlich, äh, ne, ähm, quasi hier kann man sich Daten angucken lassen und hier können, kann man quasi mit einem Webinterface diese ganzen Sachen hier sich erstellen lassen. Das ist einfach nur eine Datendarstellung von verschiedenen Eissituationen, die gemessen wurden, äh, von Satelliten und so weiter. Da haben wir die Arktis, wir haben die Antarktis und wir haben globale Eisflächen. Global, da steckt dann die Pole drin, aber auch die Berge und so weiter und so fort. Wie die verlaufen und wir können uns hier die Arktis angucken mit verschiedenen historischen Daten. Hier haben wir die verschiedenen Farben der verschiedenen Jahre und wir können uns noch viel mehr Daten hier, äh, von 2000, von, ne, 1978 bis 2023 anzeigen lassen und hier sehen wir dann, ähm, ja, also hier sieht man dann das Ausmaß, wenn man sich hier, ne, 2000er Durchschnitt, 2010er Durchschnitt und so weiter und so fort. Und den, äh, Link schmeiße ich jetzt mal auch rein. Da kann man echt viel, äh, selber dran rumspielen. Und vor allem ist es so, dass man nicht nur diese Graphen sich angucken kann, ähm, man kann hier auch, ne, täglichen Graphen, also man kann hier auch, äh, äh, ähm, monatliche Graphen und, äh, na, komm. Das Internet ist lang. Ja, äh, das hier ist der, äh, Jahreszeiten-Graph. Man kann hier die Achsen ändern, um sich das anzugucken. Und hat hier halt auch Zugriff auf diese einzelnen, äh, äh, Datenpunkte, aber man kann auch die Rohdaten runterladen. Das heißt, wenn man... Ah, wenn man das Moving Knowledge, äh, Frage beantwortet. Genau. Man kann die Daten auch runterladen. Ja, man kommt an alle Daten dran. Das ist ganz wundervoll. Man kann halt die einzelnen, äh, Bilder, die man hier in dem Betrachter gemacht hat, äh, äh, speichern, aber man kommt auch an die Daten dran. Nicht nur das. Ich hab gesagt, das sind, ich hab gesagt, das sind Satellitenbilder. Das hier ist der, die Arktis. Wir können hier umschalten auf Antarktis. Jetzt haben wir also die Antarktis-View, ne, Nipper und JAXA. Das sind halt, äh, JAXA ist die, äh, japanische Weltraumbehörde. Und Nipper ist, äh, ich glaube, die, ähm, die, quasi die Wetterbehörde oder irgendeine Forschungseinrichtung aus Japan. Und die stellen diese Daten halt zur Verfügung. Die haben Satelliten, die diese Sachen messen. Und hier können wir uns angucken, das ist heute der Tag, 26.07. Also das sind die Daten von gestern. Die Daten von heute sind noch nicht da. So, und wir können dann hier jetzt quasi, äh, wir können jetzt einfach mal in der Zeit zurücklaufen lassen. Und jetzt sehen wir die Satellitendaten, wie das Meereis sich verhält. Ich mach noch mal Stopp und geh mal auf den Tag heute. Und damit wir da ein bisschen Kontext zu haben, machen wir mal ein Overlay. Nämlich einfach mal 2000er Average Sea Ice Area. Ja, also wie es so, ähm, wie der Durchschnitt war 2000, in den 2000ern. Und hier 2010 können wir auch noch machen. Aber das ist fast dasselbe, wenn wir die, äh, 80er Jahre Durchschnitt. Man sieht schon, viel Varianz ist zwischen 80er und 2000er eigentlich nicht da. Aber ich lass jetzt einfach mal die 2000er an. Ähm, und diese, dieser Durchschnitt ändert sich auch. Das heißt also, dieser Durchschnitt ist quasi von den Tagen, die wir uns angucken. Und wir gehen jetzt mal zurück in der Zeit. Und wir sehen auch, dass dieser Durchschnitt sich ändert. Und was man auch sehen kann ist, dass ganz offensichtlich das Meereis gerade, also es ist gerade Winter. Ja, und es sollte eigentlich viel mehr wachsen. Jetzt sind wir, äh, Ende Juni. Und die Zeit vergeht, äh, und wir, äh, ähm, und das Meereis ist halt, äh, 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 an einigen Stellen, ein bisschen weiter gewachsen. Aber wir haben hier große Lücken, wo eigentlich schon Meereis sein sollte. Ich mach mal auf Stopp und geh mal so ein bisschen weiter zurück. Jetzt sind wir, ups, jetzt bin ich schon in, äh, in den Oktober gesprungen. Jetzt sind wir hier im, ne, der brauchte mal einen Moment. Jetzt sind wir hier im Februar. Februar ist Sommer auf der, äh, Winterhalbkugel. Da sieht man, dass die Eismassen halt, äh, äh, auf der Südhalbkugel, nicht Winterhalbkugel. Ja, ich hab gerade gesagt. Schön, macht nichts. Das ist auch ein schönes Wort. Ja, also man kann hier super mit rumspielen und man kann halt auch hier, äh, ne, da kommt man, da kann man die, äh, die Animationen und auch die Bilder einzeln speichern. Das heißt, man kann hier auch die erstellten Animationen, äh, tatsächlich auch rausziehen und damit Dinge machen. Also, das ist mega geil, was es hier an Open Data gibt. Wir haben in Europa auch sowas mit Kopernikus, wenn mich nicht alles täuscht, aber diese Sachen sind von JAXA halt total großartig. Und ich find's total abgefahren, dass sich niemand mal die Mühe gemacht hat, hier in diese Daten reinzugehen. Und der Mathematikprofessor ist einfach auch hierher gegangen und hat aus diesen Graphen, die wir uns eben angeguckt haben, halt einfach die Rohdaten runtergeladen. Das hier ist Arktik, das hier ist Antarktisch, die Rohdaten runtergeladen und diese Standardabweichungsberechnung gemacht und die hat er auf Twitter gepostet. Und damit kann man dann verstehen, warum das so ein krasses Event ist, weil diese Darstellung gibt ja den Oh-Shit-Moment. Der Oh-Shit-Moment ist schwer zu verstehen, wenn man sich diesen Grafik oder auch diese Grafik anguckt, aber man kann erkennen, okay, das ist jetzt nicht so weit entfernt. Und mit Kontext hiervon versteht man, dass diese kleine Entfernung trotzdem ein Oh-Shit-Moment ist. Ja. Und ich hab euch versorgt mit den passenden Links, wenn ihr damit rumspielen wollt. Ich hatte mit diesen Graphen tatsächlich Spaß, aber ich bin auch Physiker. Physiker haben gerne Spaß mit Graphen. Yay. Happy Times. Ja, Moving Knowledge erwähnt gerade, dass es die US-Daten auch Open Access gibt. Ja, genau. Wenn du dazu dann noch einen Link hast, dann ... Ah, Links kannst du ... sind aus, seit wir mal Leute hatten, die hier furchtbar viel Links rumgeknallt haben. Ah, ja, ja. Wenn du auf Discord bist und da ... Ah, ja, bitte gerne. Moving Knowledge sagt danke. Ich hoffe, ihr könnt was mit den Daten beziehungsweise auch mit den Links anfangen. Und ja, das wäre das von meiner Seite, dass wir uns mal diese Grafik angeguckt haben. Und ja, genau. Folgt Lars Fischer. Der hat ganz viel Arbeit dazu gemacht, das vernünftig einzuordnen und kann das auch ... Erklärt das auch sehr, sehr gut. Und der Artikel auf Spektrum, der auch hier verlinkt ist in dem Thread of Mastodon, ist sehr lesenswert. Genau. Und wenn ich dann nachher hier auch ein YouTube-Video daraus gemacht habe, werde ich diese ganzen Links auch in die Videobeschreibung reinpacken. Das heißt, ihr findet die da unten. Ja. Genau. Hobbit der Große bei der Animation hat auf mich als nicht in der Materie befindlicher leider nicht wirklich emotional was bewegt. Ich weiß natürlich, wie schlimm es ist. Ich höre den Podcast das Klima. Ja, alles klar. Sehr schön, dass du den Podcast hörst. Ja, diese Animation ist ja quasi auch roh. Also da bin ich dann, er holt dann die einzelnen Karten und so weiter und so fort. Ich glaube, man muss die speichern, beziehungsweise die einzelnen Bilder machen und dann selber eine Animation daraus machen. Um das Ausmaß wirklich zu verstehen, muss man viel schneller, als wie ich das gemacht habe, hier immer tagesweise durchgehen. Sondern die müssen mit einer höheren Framerate kommen, dass man das Wachstum auch tatsächlich sieht. Ich glaube, das hier ist ja nur ein Betrachter, um sich die Rohdaten anzugucken. Also da kann man, glaube ich, da muss man noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Aber es ist halt auf jeden Fall, es ist für WissenschaftlerInnen gemacht und die Daten sind halt toll aufbereitet. Und das muss man auch wertschätzen, dass so eine Regierungsbehörde wie JAXA so etwas einfach bereitstellt und so der internationalen Wissenschafts-Community weiterhilft. Ja, wo man dann emotional noch stressigere Animationen draus machen könnte. Genau. Ja, sind wir am Ende, oder was? Ja. Ja, ne? Wir sind sowas von am Ende. Wir sind total am Ende. Ja, das ist ja auch jetzt hier Food for Thought. Man kann sich jetzt von echtem Gruselthema zu theoretischem Gruselthema, also das Gruselthema antarktisches Eis ist ja das eine. Spinnenphobie habe ich jetzt nicht, aber ist für andere vielleicht auch ein Gruselthema. Aber es kann richtig schön schlecht schlafen gehen jetzt. Ja. Nee, aber ich würde sagen, wir lassen euch nicht schlecht schlafen, sondern wir lassen euch gut schlafen. Ich hätte nämlich den Vorschlag, dass wir nochmal jemanden raiden. Ja, das können wir gerne machen. Und Hobbit, der große, naja, der Klimaleugner, dem musst du halt die andere Seite zeigen, ne? Also, weil, äh, ich finde... Äh, Inga, du hast kurzer Aussetzer. Kannst du nochmal sagen? Ja, ich gehe gerade auf den, ähm, Kommentar von Hobbit ein, äh, der sagt, dass der Klimaleugner sagen würde, dass man kaum Unterschiede sieht. Ja. Aber in der vom Mathematiker erstellten Grafik sieht man ja schon sehr krass den Unterschied. Deswegen haben wir ja auch diese eine Variante dazu gepackt. Ich glaube nicht, dass da ein Klimaleugner sagen kann, dass das alles normal ist mit der 2023. Kurve. Ja, genau. Und vielen Dank für Spinne, Einfang und Raustun. Du hast ihr sehr weitergeholfen. Genau. Das finde ich super. Ja. So, und jetzt würde ich nämlich vorschlagen, wir, äh, ich mache mal gerade einmal einen Blub. Ja. Da sind wir wieder, ähm, dann seht ihr uns einmal groß. Ähm, ich hoffe, ihr werdet euch mit Klimaleugnern, äh, wenn ihr in die Situation kommt, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser, ähm, erklären. Aber es ist meistens so, wenn es tatsächlich Klimaleugner sind, ich weiß nicht, ob man dann auch die Energie überhaupt aufbringen möchte. Ähm, was ich sagen wollte ist, ich würde vorschlagen, wir Raiden Duddle Nation. Der spielt nämlich gerade den Landwirtschaftssimulator und bestellt ein Feld. Das ist sehr entspannend und, äh, ist ein sehr lieber Kerl, der Daniel aus dem Sauerland. Ähm, da raiden wir vorbei. Und der nächste Stream ist am Donnerstag, den 10. August. Mit Julia, mit Inga und mit mir. Also zu dritt. Ja. Plus ein Dugong, der oben auch diesmal beruhigend auf uns eingewirkt hat von, von seinem Standort. Und ja, wir sind zu dritt und es ist in 14 Tagen. Es ist einfach zu merken. Einfach zwei Wochen später, gleicher Ort, gleiche Uhrzeit, wieder einschalten. Genau. So, äh, wenn ihr möchtet, dann, äh, geht mit in den Raid. Ich hab das jetzt schon gestartet, in den Raid zu dem lieben Duddle Nation rein. Ich werd jetzt gleich auf den Jetzt Raiden-Knopf drücken. Schön, dass ihr da wart. Wir freuen uns, wenn ihr, äh, am 10. August wieder bei Plötzlich Wissen mit dabei seid. Ansonsten, wer gerne Zeug von mir sehen will, nächste Woche Dienstag gibt es wieder die Dienstagspolitik mit der Politikwissenschaft Wir spielen Friedrich Ebert, der Weg zur Demokratie. Ein Serious Game, was auch sehr fesselnd ist. Das ist drüben auf andere Lampe, twitch.tv, andere Lampe. Wenn ihr da vorbeikommen wollt, würde ich mich auch freuen. Und jetzt gehen wir beim Duddle vorbei. Habt einen schönen Tag. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020